Hallo ihr Lieben, ich möchte eine Freude mit euch teilen, meine Freude, meine Freude, die ich erfahren durfte durch eine wundervolle Architektin und Baumeisterin der Brücken. Sie half mir, zu mir selber zu finden, mich zu fühlen, mich zu spüren und sie half mir und unterstützte mich beim Bauen dieser Brücken. Ich fand nach Hause, das fühlt sich so gut an, ich bin zu Hause und das ist wunderschön. Ich danke dir, liebe Christina Isabella, für all dein Tun, deine Unterstützung, für all deine Liebe, die du da reingesteckt hast, die vom Herzen kam. Danke.